So, wir kommen zurück. So, wie immer gibt der Akku irgendwelche Anweisungen. Auf dieser Map bitte nicht pushen, das ist ultra wichtig. Dadurch, dass der LP-432 sehr flach und sehr schnell ist, wage ich mich da oben hin. Hier hoch solltet ihr niemals mit irgendwelchen größeren Mediums oder Panzern allgemein fahren. Höchstens mit solchen flachen wie dem hier. Weil alles, was da oben fährt, ist auf jeden Fall absolut gefährdet, innerhalb von Sekunden zu sterben. Habt ihr das gesehen? Wäre ich ein bisschen höher, also ein Panzer, was ein bisschen größer ist, wäre das jetzt auf jeden Fall nicht gut verlaufen. Oh, 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 oh. Das ist jetzt ganz schlecht. Also ich habe mich jetzt in so eine komische Lage gebracht. Guck mal, der ist da oben, ich bin hier. Wir haben Kreuzfeuer, also noch trauen die sich nicht, aber er kann sich spontan ändern. Okay, dann kommen wir mal raus. Wir sind gut. Wir müssen uns ausprobieren. Wir müssen uns ausprobieren, dass wir uns durch das Problem eine dedicated Einflusschraht haben, ihr seht auf dieser map gibt es eigentlich wenn das gegner team das gut anstellt keinerlei möglichkeit sofort am anfang zu pushen das ist eine einzige todesfalle wenn man es versucht ja der andere hat es eingesehen und hat sich dann wieder verpieselt de 75er des gegners ich werde mal da durchflutschen versuchen um die gegner artis zu holen ob es mir gelingt man weiß es nicht ja ich werde beschossen von allen seiten habe es aber bis hierhin geschafft sie haben wir schon mal eine arti rausgenommen nächste arti suchen den kollegen auch raus gehauen progetto kommt zurück wie es aussieht ich ramm gerne ich weiß nicht das ist so eine leidenschaft ja am arsch vom progetto bei uns na gut aber ich denke mal der impact war gewaltig wir haben die komplette base des gegners in sturm erobert und die ersten drei panzer des gegners die da versucht haben zu pushen haben sich so gesehen oder haben ihrem team keinen gefallen getan das wird ein sieg wahrscheinlich der progetto ist schon wirklich sehr sehr low hp die anderen zwei alleine die können jetzt nicht das spiel reißen games kommen 2018 die tarnung auf habe ich auf meinem 4 30 u drauf glaube ich zu viel ap hier drauf mehr gold und he so annehmen ok aber ich werde heute mehr scout spielen ich weiß nicht an so schwierigen tagen wie wochenenden oder wenn so update tage sind wo die ganzen bobbys online sind dann spiele ich lieber scout da bist du wenigstens mobil kriegst du zwar auch auf die fresse aber wenn man dies kannst auch mal flanke wechseln oder mal durchbrechen und die artis rausholen ich weiß nicht deswegen also ich bin eher so wenn ich alleine fahr fahre ich sehr viel scout problem mit dem hier mit dem rheinmetall ist dass er eine sehr hohe silhouette hat der ist nicht so flach wie die russen lights und sobald er irgend irgendwas berührt liegt er auf dem dach das ist das größte problem von dem ding hier ansonsten finde ich den geil aber dass das problem ist echt wirklich gewaltig dadurch dass er so hoch gebaut ist da kippt er schnell um und liegt dann auf dem dach und dann explodierst du nach 30 sekunden deswegen so high speed manöver mit dem sind halt sehr 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 vorsichtig zu genießen hier hat einer mal seinen panzer wie so ein bonbon angemalt ja lasst mich doch mal scouten jungs alter problem ist auch wenn du mit dem scout zu spät auf position kommst ich muss auch wieder weg hier der gegner scout wird mich dann gleich spotten und werde ich dann rausgenommen muss man ja nicht riskieren gegner hat auch im rheinmetall ja das problem ist unser scorpion da in der mitte ist relativ alleine ja hier oben haben wir mehr als genug panzer deswegen gehe ich jetzt wieder runter mir ist das jetzt gerade auf der minimap aufgefallen ihr müsst auch immer zwischendurch mal unten auf die minimap gucken ihr seht der scorpion ist so alleine hier der war irgendwie afk oder was auch immer mit dem war auf jeden fall sah so aus als ob unser scorpion da relativ alleine ist hier pusht sich schon der wz in den tod und das meint oh ja das ist das beste beispiel habt das gesehen ne schön salto hingelegt kaum habe ich es angesagt schon ist es auch passiert ne mit dem ding also das ist katastrophal einmal ein bisschen zu schnell irgendwo hochgefahren schon jawoll den haben wir dann auch und da kommt da ja da ist das mal nichts ja 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 der hier ist immer schön in den arsch geschossen ne wenn ich konzentriert spiele dann kommt auch manchmal was vernünftiges bei raus guck mal Achtung kaum sage ich es fahre ich in den tod aber ich werde jetzt mal den yolo move machen damit hier mal vernünftige spots entstehen damit die leute von da oben wirken können ja ihr könnt da mal runterfahren ey was ist denn los ich habe es ja ja ich habe es ja es ist ja 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 schön dem übers dach gefahren wir müssen anfangen zu cappen sonst wird das nichts schön mal ancappen damit der gegner ein bisschen druck bekommt nicht dass die das dann noch irgendwie versemmeln dahinten ich fahr auch nicht aus dem cap raus ich bin ich hab's nicht so mit aus dem cap rausfahren ich bin so einer ich hab das lieber schön nice zu ende ein sieg ist ein sieg ich muss jetzt nicht auf krampf damage machen sowas juckt mich nicht möchte einfach nur ein spiel gewinnen am ende muss stehen sieg und das reicht mir dann außerdem für fürs captain gibt es ja auch irgendwie punkte und medaillen und keine ahnung also so zweiter sieg sehr schön gestern habe ich ein super langes video hochgeladen also guck mal an manchen tagen mache ich ein bisschen kürzere videos an manchen tagen ein bisschen länger und wer meint ja das video war aber zu kurz ich habe zwei dreitausend videos auf meinem kanal der kann ja dann mal die anderen videos gucken gehen vor allen dingen guckt euch mal ganz alte videos an da seht ihr auch mal maps und panzer die ihr so noch nie gesehen habt wenn ihr neu am start seid wenn ihr die ganz alten videos guckt dann kann das sehr gut sein dass ihr auch panzer entdeckt die ihr noch nie gesehen habt oder irgendwelche maps von früher also von daher kann ich euch nur wärmstens an denn ans herz legen ich werde jetzt mal bei dem hier bleiben ich mag den jetzt irgendwie ich weiß nicht ich habe da eine gute crew drauf hier wie ihr sehen könnt wenn die crew noch nicht so gut ist naja geht so ne aber wenn die crew schon einigermaßen was kann dann kann man mit diesen panzern auch mal was anfangen ich habe die alten maps so geliebt die hatten so offene maps mit viel gebüsch und bäumen und häusern du konntest dich vorarbeiten und alles jetzt mittlerweile sind nur noch so komische maps wo du einfach schnell weg stirbst wenn sobald du versuchst aktiv zu spotten oder mal irgendwo vorzufahren oder so ne also die maps von 2012 13 14 die waren viel geiler auch die panzer die sollen endlich mal den waffenträger auf e 100 wieder bringen ohne witz mittlerweile gibt es in world of tanks so viele op-panzer da kann man auch mal den einzigen deutschen op-panzer den es jemals gab den waffenträger auf e 100 wieder bringen dann haben sie aber einfach aus dem spiel rausgenommen weil unter anderem jedes mal wenn irgendein deutscher panzer gebufft wurde entweder maus akrobat oder mailand die viecher wieder runter geredet haben ohne witz letztens hier vor paar wochen gucke ich mir so dings an ich glaube von mailand war das so ein video dann hat er wieder über irgendein panzer gemeckert der wäre ja wohl so op und so da wird ständig gemeckert der und der panzer ist op ja dick aber das ist doch der reiz an dem spiel wenn panzer op sind und du musst versuchen die trotzdem zu besiegen da ist doch der spaß an der ganzen geschichte ja und der waffenträger auf e 100 mit dem sechs schuss magazin den sollen sie mal ruhig wieder bringen ich fand den geil ja das ist wieder eine zwei artis und auf so einer map haste als scout halt kein spaß ne komm schießt doch mal ja der steht da mit seinem scorpion und keiner schießt auf den weißt du können unsere artis mal anfangen zu schießen oh da hinten fährt irgendein heavy vom gegner und keiner schießt auf den hallo hier ja haha ja heftig geil wie dir einfach keiner hilft ja soweit zum aktiven scouten ja weil hier so manche bobs kommentieren warum fährst du denn nicht vorher aber wenn du vor fährst dann bist du dir selbst überlassen dann wirst du über einen hofen geschossen kollege bin mal gespannt was die daraus machen so t100 light der russische tier 10 light panzer jungs world of tanks ist umsonst ladet euch runter werdet mein ständiger zuschauer abonniert und wir brauchen noch leute im clan clan gpr ad german predators bitte keine klugscheißer die hier reinkommen mit einer 3000 wot wertung mir das spiel erklären bitte nur leute die auch lernen willig sind und auch sich mal befehle erteilen lassen ich habe hier in den letzten wochen paar leute gehabt also die kommen hier rein mit 2000 gefechten oder 5000 gefechten und wollen wir dann das spiel erklären so bitte keine klugscheißer ja also teamspeak headset und ein tier 10 panzer und ihr dürft dann bei uns rein bitte auch teamspeak benutzen ich brauche keine clan leichen die hier rumgammeln und nie aufs ts kommt ist absolut wichtig dass ihr regelmäßig auch aufs ts kommt sobald ihr könnt so ein fv zwei grillen ein jagdpanzer und zwei 10er scouts das könnte ein schnelles ende finden hier oh ja da haben wir es doch alter hat der hat der hat der radpanzer mir mit einem schuss ein drittel meiner hp gezogen was geht denn da ab ja wenn der fv dich echt einmal trifft junge dann heißt es gute nacht in atmosfer Die Scheißdinger, die fahren trotzdem weiter Ich riskiere mal was Sterben fürs Team, ist doch immer geil Oh ja, guck mal was da alles auf ist Also der Gegner scheint massiv auf der anderen Seite zu sein Ich guck mal ob ich durchrasen und mir die Arti schnappen kann eventuell Ich habe nur kein Rap-Kit mehr, ne? Habe ich gerade schon verbraucht Guck mal wie die da einfach nicht pushen In der Stadt, ne? Obwohl wir in Überzahl sind Yo Da haben wir doch die Arti Jawoll Ja egal, hat sich gelohnt Arti rausgeholt So können unsere TDs in Ruhe arbeiten Ohne dauernd von dieser Conqueror Arti beschossen zu werden Jungs Wir haben eine Arti Die Gegner haben keine Arti Wie sieht es denn aus? Da muss man doch was draus machen können, oder? Wenn die das jetzt nicht dumm anstellen Dürfte das ein Sieg werden Weil auf so einer offenen Map Ist die Arti halt sehr viel wert, ne? Zumal jetzt können unsere ganzen Heavys und Jagdpanzer In Ruhe arbeiten So Die LP-432 Runde War jetzt wieder ein Sieg So Eine letzte Runde machen wir noch Mit dem LP Ich mag den irgendwie Also ich komm mit dem klar Also ich hab viele Leute gehabt Die sagen Ja der ist scheiße Zu schnell tot Zu weich Und so Aber irgendwie Also ich hab ne gute Crew drauf Vielleicht ist das deswegen Ich mag den Gibt aber viele Leute Die mit dem jetzt nicht so klar kommen Weil der eine sehr schwache Dings hat Panzerung Beziehungsweise Wenig HP Und Alpha Damage Ist auch jetzt nicht mega Aber Ich komm mit dem Ding klar Also Oh jetzt bin ich Absolutes Height hier Jetzt muss ich aber Performance zeigen Oder? Und immer wenn ich das sage Kommt dann der Zehn Sekunden tot Und Jawoll Erstmal Schön Gegen irgend so ein Felsen Abgebremst worden Das ist schlecht Für den First Spot Guck mal Da sind Spots auch Aber schießt keiner Alter da sind Ziele auf Warum schießt da keiner Lol Lol Die Was sollt often Nicht ogni Ohohoho, haus voller Fahrt, die hat die getroffen. Das war's. Da ist das Fahrzeug ausgeschaltet. Rechts wird Hardcore gepusht. Okay, da oben ist irgend so ein Vieh. Da oben sind Ziele auf, aber es schießt halt mal wieder keiner. Ja, ne? Oh. Oh. Mein lieber Herr Scholli und Herr Gesangsverein. Wie der den blockiert, Alter. Ich stehe da und will schießen und der blockiert den erstmal. Juhu! Oh. Wenn der Akku mal gut drauf ist, ne? Da kommen wir auch mal vernünftige Let's Place by raus. Warte mal. Da flitzt er aber durch die Gegend. Und dann haut er mal links und rechts alles platt oder was? Was ist denn los, Junge? Übrigens, ich habe meinen Paypal Account endlich hingekriegt. Das heißt, äh... In wenigen Tagen... Oh. 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 plus gemacht junge 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 super hardcore unicom akku oder war einfach gg weltmeister und so meine wot wertung ist unter 8000 gefallen ich bin so todtraurig so also twitch kanal abonnieren akku power twitch in wenigen tagen geht es da los mein paypal account ist gemacht das heißt donation button ist da in wenigen tagen geht es los ich bin am montag in berlin für ein zwei tage danach komme ich zurück und danach mal lassen wir es mal krachen wenn mein paypal account wird jetzt verifiziert und dann geht es los checkt meinen kraftsportkanal links unten in der video beschreibung facebook instagram alles unten in der video beschreibung bis dahin ciao kakao